Der Oberseidayer Teich ist eine Trinkwassertalsperre und gehört zur oberen Revierwasserlaufanstalt Freiberg. Diese besteht aus vier Kunstteichen, die Rohwasser zur Trinkwasserversorgung bereitstellen. Gespeist wird der Oberseidayer Teich aus dem Seidenbach. Über den Oberseidayer Kunstgraben wird sein Wasser an den oberen Groß Hartmannsdorfer Teich abgegeben. Gebaut wurde der Teich 1728. Seine Vorgeschichte ist jedoch viel älter. Bereits während der Bauplanung des Oberseidayer Kunstgrabens zwischen 1606 und 1607 wurde der Bau weiterer Bergwerksteiche in Oberseider erwogen. Allerdings verursachte der Bau des Kunstgrabens und der Rösche, wasserführender Stollen, erhebliche Kosten, sodass man zunächst auf weitere Teiche verzichtete. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Plan wieder aufgegriffen. Auch deshalb, weil es beim Bau des mittleren Groß Hartmannsdorfer Teiches zu Schwierigkeiten kam. Im Jahr 1727 erteilte Kurfürst Friedrich August I., August der Starke, schließlich den Befehl zum Bau des Oberseidayer Teiches. Schon im darauffolgenden Jahr wurde der Kunstteich fertiggestellt. Ausbau und Sanierung Auf Anordnung des Oberbergamtes wurde der Teich im Jahr 1847 erweitert. Um die Speicherkapazität des Wasserreservoirs zu vergrößern, erhöhte man zunächst den Damm um zwei Meter. Zusätzlich wurde eine Wellenschutzmauer hergestellt und die Terrassmauer erneuert. Im Jahr 1996 wurde der Oberseidayer Teich denkmalgerecht saniert. Ab 2022 wurde die Hochwassersicherheit an die aktuellen Regeln der Technik angepasst. Heutige Bedeutung Der Oberseidayer Teich stellt als Trinkwassertalsperre Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung bereit. Außerdem dient er als Vorsperre der Talsperre Seidenbach. Damit leistet der Teich einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Wasserqualität im Talsperrenverbundsystem Mittleres Erzgebirge. Das Verbundsystem besteht aus den Trinkwassertalsperren Seidenbach, 19 Hain 1, 19 Hain 2 und Einsiedel sowie der oberen Revierwasserlaufanstalt Freiberg. Es versorgt den Großraum Chemnitz mit Trinkwasser. Aber auch eine Überleitung des Wassers ins Osterzgebirge ist möglich, von wo aus der Großraum Dresden versorgt wird. Baden und Wassersport sind am Oberseidayer Teich nicht erlaubt. Seit 2002 ist er zudem als Teil eines europäischen Naturschutzgebietes des Flora-Fauna-Habitats Freiberger Bergwerksteiche besonders geschützt. Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg ist ein über mehrere Jahrhunderte gewachsenes Wasserversorgungssystem. Es besteht aus einem weit verzweigten Netz aus Röschen, wasserführende Stollen und Kunstgräben, die insgesamt etwa 70 Kilometer lang sind und zehn Teiche miteinander verbinden. Das System hat seinen Ursprung im Freiberger Silberbergbau. Im Jahr 1168 wurde im Freiberger Raum Silber entdeckt. Sofort setzte das Berggeschrei ein, das viele Bergleute in das bis dahin nahezu unbesiedelte Erzgebirge brachte. Das oberflächennahe Silbererz konnte anfänglich ohne viel Aufwand gewonnen werden. Ab dem 15. Jahrhundert mussten die Bergleute jedoch immer tiefer graben, um Bodenschätze zu finden. Dabei stießen sie auf Grundwasser. Die Gruben wurden mithilfe von Wasserknechten entwässert. Später nutzte man dafür Pumpen, die durch Wasserkraft angetrieben wurden. Aufgrund von Wassermangel drohte im 16. Jahrhundert das Ende des Freiberger Bergbaus. Auf kurfürstlichen Befehl begann 1558 der planmäßige Ausbau eines Wasserspeicher- und Zuführungssystems für das Freiberger Berg- und Hüttenwesen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde 1684 die kurfürstliche Stollen- und Röschenadministration gegründet, die als Zentralbehörde die Wasserbedürfnisse des Bergbaus und der Stadtbevölkerung in Einklang bringen sollte. Um 1900 wurde der Freiberger Silberbergbau durch die Einführung der Goldmark als offizielle Währung und Importe aus Übersee jedoch unrentabel, sodass er bis 1914 komplett eingestellt wurde. Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg bekam neue Aufgaben. Sie wurde von nun an zur Trink- und Brauchwasserversorgung, Fischzucht und Energiegewinnung weiter betrieben. Heute versorgt die Revierwasserlaufanstalt die Regionen Freiberg, Chemnitz und Dresden mit Trink- und Brauchwasser. Sie ist Teil des Talsperrenverbundsystems Mittleres Erzgebirge-Osterzgebirge. UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kruschnohori Seit 1980 steht die Revierwasserlaufanstalt unter Denkmalschutz. Seit 2019 gehört sie als Teil der Bergbaulandschaft Freiberg zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kruschnohori. Der Bergbau brachte in Sachsen und Böhmen eine einzigartige Kulturlandschaft hervor, die bis heute überall im Erzgebirge sichtbar ist. Viele historische Bauwerke werden heute noch genutzt. Einzigartig ist auch der grenzübergreifende Charakter der Welterbestätte. 17 der 22 Welterbebestandteile liegen auf sächsischer, 5 auf böhmischer Seite. Von der UNESCO werden weltweit einzigartige Kultur- und Naturgüter von außergewöhnlichem, universellem Wert als Erbe der ganzen Menschheit geschützt und erhalten. Die Welterbekonvention wurde 1972 verabschiedet.